Yo Leute, ich bin's Wurfies und willkommen zu einer weiteren Runde von Muck. Am heutigen Tag starten wir einen neuen Versuch zu überleben. Letztes Mal haben wir drei Tage oder so überlebt. Das war auch meine allererste Runde und diesmal ist es die zweite. Und am heutigen Tag versuchen wir mindestens länger zu überleben als in der letzten Runde. Lasst ein Like dafür mehr von Muck, abonniert diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten eine neue Welt. Okay, wir sind auf jeden Fall gespawnt. Day 0. Perfekt, wir haben 12 Uhr. Und hier ist schon mal eine Truhe, die 25 Gold kostet. Okay, wir müssen wieder den Stein erstmal aufheben. Let's go erstmal den Baum abfahren. Boah ey, diesmal müssen wir viel schneller sein. Letztes Mal sind wir voll krass verreckt in der Nacht. Und da ist der erste Baum. Perfekt, jetzt haben wir Holz. 25. Boah, was ist das für eine Statue? Oh, man kann Mitspieler wieder beleben. Da ist ein Haus, perfekt. Ich glaube, da sind wir sogar letztes Mal verreckt. Okay, hier sind auch viele Tiere und Gegner. Oh Gott, um die müssen wir uns aber kümmern, oder? Die geben auch Gold. Let's go. Bam. Das habe ich raus, Alter. Die werden so wegrasiert. Die werden so wegrasiert. Bam. Next. Boah, wir wurden getroffen. Nice, erstmal haben wir Gold. Jetzt haben wir insgesamt 15. Oh, hier ist Loot. Oh, Iron. Äpfel zum Essen, perfekt. Bogen. Und Holz. Boah ey, das Game ist so funny irgendwie. Perfekt. Jetzt haben wir hier eine Base. Ja, erstmal brauchen wir ja Bark. Und wir wollen auf jeden Fall auch einen Ofen und so. Oh, wir wollen erstmal die Axt und die Spitzhacke. Okay, das Blöde ist halt, wir haben hier wenig Bäume. Boah, aber wir haben hier nette Kühe und so. Also, essenstechnisch sieht es gut aus. Und Pfeile haben wir auch nicht, ne? Ne. Guck mal, wir haben jetzt schon mal die ersten paar Stunden genutzt. Aber wie schnell die Zeit hier geht, das ist crazy. Und wir haben Äpfel, wie gesagt. Let's go, erstmal. Ja, ne Axt. Zack. Was brauchen wir für die Spitzhacke? Holen wir mal etwas mehr Holz. So, aber gleich wird es schon dunkel, Alter. Ich würde mich am liebsten mit der Spitzhacke verteidigen. Wir haben 22 Uhr. Bark brauchen wir. Und da haben wir unsere Spitzhacke. Und jetzt verteidigen wir uns erstmal. Let's go, Alter. Okay, da ist der Erste. Zack. Zack, Alter. Das sind diese Werfer, ne? Aber wieso sind die direkt am Anfang da? Boah. Krass. Junge, die werfen. Das sind so Ratten. Krass. Ey, lass mal das... Nein! Die Workbank. Lass die mal in Ruhe. Zack, Alter. Ey, das Gold schmeckt aber. Zack. Boah, ey. Geht mal weg. Wie viele wollen denn noch spawnen? Boah, ey. Wir haben schon 73 Gold. Zack. Bam. Wer will noch Stress? Erstmal was essen. Boah, die Äpfel sind nice, Alter. Junge, die werden wegrasiert. Zack, Alter. Kann es auch mal hell werden? Ey. Junge. Tag 1, Alter. Endlich. Boah, ey. Das ganze Gold, ne? So. Boah, Medizin, glaube ich. Okay, wir holen mal Stein, um die Öfen zu bauen. So, let's go. Zack. Stein abgebaut. Den nehmen wir auch noch mit. Komm, öffnen wir die Truhe. Lol. Stärke wahrscheinlich, ne? Mock ist schon funny, muss ich sagen. So, ich glaube, das reicht. Let's go zur Base. Ja, komm, erstmal so ein Ofen. Ja, perfekt. Falsche Seite. Fuel heißt ja Fleisch. Also tun wir mal das Fleisch hier rein. Dann das Metall. Oder brauche ich einen anderen Ofen dafür? Leute, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Wie man Essen bratet. Oder ob das überhaupt geht. Zack. Boah, gleich wird es einfach wieder dunkel, Junge. Die übertreiben doch. Oh, ein Pilz. Den essen wir. Hier ist eine goldene Truhe. 200. Wir holen mal Eisen. Boah, das dauert voll lang, Alter. Boah, hoffentlich kommen keine härteren Gegner. Okay, da ist der erste. Zack. Oh, oh. Da sind wieder diese Ratten. Zack, die sind aber machbar. Boah. Die Werfer sind da. Yo, wie viele wollen denn noch kommen? Übertreibt doch. Zack, Alter. Junge, Junge, Junge. Weg. Zack. Boah, ey, das waren so viele, ne? Okay. Boah. Da sind wieder Ratten. Zack. Boah, ey, wir kassieren, wir kassieren ordentlich. Was hat der gedroppt? Alter. Wir brauchen Waffen. Dringend, Alter. Okay, der hat Holz gedroppt. Digga, ess mal was. Okay, wieder so ein Werfer. Bam. Boah, ey. Bald können wir diese goldene Truhe öffnen. Tag zwei, ey. Lass mal was essen. Okay, erstmal ein paar Steine holen. Jetzt können wir den zweiten Ofen craften. Ah, ne, noch nicht. Ich würde sagen, erstmal craften wir das. Den tun wir dann hier hin. So, vielleicht können wir hier Fleisch braten. Ich check's nicht. Egal, wir essen's so. Boah, ich würde so gerne diese goldene Truhe öffnen. Was können wir noch craften? Können wir irgendwelche Waffen craften? Pfeile. Komm, machen wir mal Pfeile. Ich würde sagen, wir warten diese Nacht noch ab. Dann gehen wir zu diesem Ausrufezeichen da. Okay, da sind diese Ratten. Okay, wir müssen kämpfen. Yo, ein Wolf. Das ist wieder unfair. Das war auch letztes Mal so unfair. Okay, stark. Boah, ey. Okay, wir leben noch. Noch leben wir. Ich hoffe, es kommt nicht noch ein Wolf. Zack. 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 Den haben wir. Boah. Hör mal auf zu werfen. Zack. Zack. Boah, ey. Wir sind fast down, Alter. Wir dürfen nicht sterben. Oh Gott. Zack. Boah, ey. Sind die nervig. Okay, der hat wenigstens gar nichts gemacht. Die töte mir auch. Zack. Boah, ey. Zack. Bitte nicht noch einer. Wir haben kein Essen. Zack. Oh, oh. Ich glaube, wir sind so tot. Ja. Was? Tag 3. Naja, Leute. Das ist sogar auf leicht gestellt, Alter. Wie schwer ist das denn? Stellt euch mal vor, ich würde das auf Mittel spielen oder so. Damit würde ich sagen, das war es mit der traurigen Runde von Muck. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Abonniert diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Checkt meinen zweiten Kanal aus. Link in der Beschreibung. Folgt mir auf Insta. Alles in der Beschreibung verlinkt. Habt noch einen schönen Tag, Leute. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.